Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft, die Legende von Mount Bitmore. In der letzten Folge haben wir ja hier die Mauer gebaut. Jetzt habe ich vor hier einen Tunnel zu graben und zwar hier runter zum Dancefloor. Das ist diese Fläche hier. Warum heißt die Dancefloor? Naja, weil da immer die Monster herumdancen nachts und Party machen. Ich würde echt gern da ein paar Beleuchtungsdinger aufstellen, damit das Ganze noch ein bisschen mysteriöser aussieht. Wenn die hier tanzen, dann würden die aber nicht mehr spawnen. Es sei denn, da habe ich jetzt eine Idee. Das möchte ich kurz machen. Ich möchte nämlich echt sehen, wie das dann aussieht. So. Rest und Fackeln werden wir so oder so später oder früher mal wieder brauchen. Wie wäre es denn, wenn wir hier so ein bisschen den Dancefloor ausleuchten? Ich glaube, das würde richtig cool aussehen. Rest und Fackeln sind nämlich zu dunkel, als dass da Monster spawnen, also dass da das Spawnen von Monstern verhindert würde. Vielleicht hier eine, hier eine, hier eine. Die können wir ja später alle wieder einsammeln. Ist ja nix verloren. So. Da noch eine, da eine. Ja, bin gespannt, wie das aussieht. Unseren Tunnel werden wir jedenfalls hier runtergraben. Graben. Graben. Ähm. Ich fange schon mal damit an. Es wird schon dunkel, ich weiß. Ähm. Ich würde sagen, hier eh relativ in der Mitte. Das wäre, glaube ich, so ein netter Eingang hier. Ist die Frage, wie groß wir das Tunnelprofil machen wollen. Ob wir den ein bisschen breiter machen vielleicht. Dass er irgendwie nach was aussieht. nicht so, äh, so simpel. Ja, das könnte ja ruhig mal ein größerer Tunnel sein hier. Dann würde ich da fast noch, ja, dann mache ich da rum so eine Art Seitenwand, dass wir das nicht nur einfach reinhauen, so in den Stein, sondern dass wir da wirklich das Ganze befestigen. Und zwar mit, nicht mit Steinziegeln, da nehme ich jetzt Pflastersteine. Gibt nämlich, denke ich mal, einen ganz guten Kontrast. Muss mich jetzt echt mal beeilen. Ich glaube, da könnten jetzt schon die ersten Monster spawnen. So. Das sieht noch nicht ganz ideal aus. Ich glaube, dass ich da noch gerne eine Rundung reinbringen würde. Das machen wir aber lieber dann in der nächsten, am nächsten Minecraft Tag. Und jetzt können wir uns hier von oben aus... So. Wie, wie kommen... Ich habe doch alles ausgel... Verdammt nochmal, ich habe hier echt schon langsam die Nase voll. Ich leuchte hier alles aus und das Spawnen hier ständig, Creeper. Das muss doch ein Bug sein, hallo? Das Adrenalin schießt mir jetzt immer noch gerade in den... In die Adern, aber... Das verstehe ich jetzt wirklich nicht gleich zwei. Wie konnte das passieren? Na, sehen wir uns mal kurz den Schaden an. Scheint ja nicht so viel zu sein. Sind nur ein bisschen ein paar Holzteile. Wir haben gerade gesehen, am Dancefloor versammeln sich schon die ersten Monster. Puh, ich bin immer noch ein bisschen geschockt, was... Was das jetzt sollte, also... Hä? Die waren hier oben auf der Treppe, ganz eindeutig. Aber da ist eine Fackel. Die können hier nicht spawnen. Trotzdem tun sie es. Hier oben ist auch alles ausgeleuchtet. Ich könnte mir jetzt eigentlich... Wo ist unser Bett? Ach so, das ist jetzt irgendwie in alle Einzelteile zerlegt worden, offensichtlich. Ich könnte mir jetzt nur noch eine Sache vorstellen. Ich mache das jetzt schnell mal zu hier. Also das... Gibt mir jetzt echt Rätsel auf, ganz ehrlich gesagt. Wie das passieren konnte. Ja, jetzt ist es natürlich wieder dunkel. Jetzt haben die ja hier... Vielleicht, dass sie hier spawnen, hier im Eck drunter. Dass wir das noch gut ausleuchten müssen. Und das haben wir aber eigentlich... Ja, hier haben wir eine Fackel drin. Wie sieht es einen Stock höher aus? Haben wir... Ach, da gibt es keinen Stock höher mehr. Okay. Ähm, vielleicht, dass es hier noch gefehlt hat. Dass die hier hinten gespawnt sind. Hm. Das ist schon mysteriös mit den ganzen Lichtlevels. Sehen wir uns mal die Partyfläche an. Naja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich meine... Ja, ist ein bisschen eine langweilige Party. Stehen alle nur rum. Zwei Schafe. Keiner traut sich hier auf die Tanzfläche. Zwei Spinnen warten am Rande. Hm. Sollte man eigentlich ein bisschen Action reinbringen. Irgendwie, indem wir da mal hinlaufen. Aber na, jetzt füllt sich langsam das Parkett. Okay. Ähm, ich gebe jetzt ganz sicherheitshalber einfach nur mal hier auch noch eine Fackel hin. Ja, wir müssen das wirklich mal mit Glowstone machen. Ich lege mich jetzt mal schlafen. Und morgen, also am morgigen Minecraft-Tag, bauen wir dann den Tunnel runter. Zum Dancefloor. Ja, ja. Jetzt brennen die Ersten auf der Tanzfläche. Ist halt auch schon Sperrstunde. Da kann das dann schon mal passieren. Spontane Selbstverbrennung. Die Musik eignet sich aber auch wirklich super dazu. Die Spinnen ist noch da. Die anderen sind schon alle abgebrannt. Naja gut, die gehen jetzt baden. Räumen wir hier noch schnell mal auf. Jawohl. Und da ist ein Skelett. Und Creeper ist hier keiner mehr in der Nähe. Das ist ein Glück. Also mit der Ausleuchtung des Turms müssen wir uns echt noch was überlegen, dass wir das irgendwie hinbekommen, dass der wirklich gut ausgeleuchtet ist, dass da nichts mehr drin spawnt. Das scheint nämlich echt ein Problem zu sein. Ich weiß jetzt gar nicht, ob den Keller habe ich eigentlich auch ganz gut ausgeleuchtet. Das sollte nichts passieren. Machen wir mal weiter bei unserem Tunnelprojekt. Der Eingang hier ist irgendwie im Moment noch nicht so optimal. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall mal ein bisschen was essen. Das heißt, da hätte ich gerne so eine Rundung drin. Ich frage mich gerade, wie ich die am besten machen könnte. Also mit Stiegen natürlich, das ist soweit klar. Vielleicht ist er ja auch ein bisschen zu breit. Ich glaube fast, dass ich den doch noch einen Block schmäler machen werde. Belassen wir es vielleicht mal bei dieser Konstruktion hier fürs Erste. Hauen wir uns mal hier ein bisschen den Berg rein. Da müssen wir dann natürlich auch Stufen machen. Da müssen wir einige Blöcke weit hinunter. Da sollte man ja vielleicht eh jetzt auch schon anfangen, das Niveau hier zu senken. Also jetzt nicht inhaltlich, sondern geologisch. Da sollte man auch oben vielleicht so eine einigermaßen schöne Abstufung hinbekommen. Dass man da, ja müsste man eigentlich so, müsste man das eigentlich hinbekommen. Dass man da und jetzt hier eine Stufe runter. Wobei, eigentlich könnte man das ja anders machen. Wir könnten das ja eigentlich mit Halbstufen machen. Dann können wir nämlich hier auch hochlaufen. Das wäre, glaube ich, fast besser. Nachdem wir das eh alles mit Pflastersteinen machen wollen, müsste man da jetzt eh noch ein bisschen was rausschlagen. Also raushauen, nicht rausschlagen im Sinne von... Na, du willst schon rausschlagen eben. Dann müssen wir hier zwei jeweils machen. Und hier so und so. Dann brauchen wir noch die Pflastersteinenstufen. Da haben wir, glaube ich, noch einige in der Kiste drin. In unserer Baumaterialienkiste. Die ist ja hier. Steinziegel, Druckplatte, Pflastersteinenstufen. Da haben wir nicht mehr so viele. Da müssen wir mal ein paar kraften. Das machen wir mal schnell. Werden wir, glaube ich, jetzt nicht so viele brauchen. Und wenn, können wir sie uns schnell nachkraften. Wenn wir schon mal da sind, legen wir gleich mal das Zeugs hier rein. Das war es eh schon. Ja, also die Seitenwände möchte ich eben, wie gesagt, dann richtig schön pflastern. Die Frage ist auch, wie tief wir hier eigentlich runter müssen. Pflastersteinenstufe, Holz brauchen wir hier ja nicht. Denn wir müssen auch sehen, dass wir da nicht zu tief reingraben. Dass wir da einigermaßen auf die gleiche Ebene kommen. Also wir wollen hier runter. Das ist ja dasselbe Niveau. Das heißt, wir müssen eigentlich nur eins, zwei, drei. Ja, drei Felder runter. Das haben wir, glaube ich, schon. Sehen wir es uns mal an. Also das ist das erste Feld runter. Das ist das zweite Feld runter. Okay, eins müssen wir noch runter. Kein Problem, das schaffen wir. Hier. So, ja, genau, so passt das. Da oben müssen wir dann die Abstufung richtig hinbekommen. Hauen wir das hier raus. Und dann hätten wir, glaube ich, hier wieder die. Stufe. Also die obere Stufe jetzt. Jetzt können wir hier die Plättchen hinlegen. Da brauchen wir darunter eigentlich nichts. So, da kommen jetzt normale Pflasterscheinblöcke hin. Und ab jetzt können wir uns hier gerade durchhauen. Und die Wände und den Boden machen wir dann danach. Ich mache jetzt mal eine Fackel hin. Ich möchte das dann auch, glaube ich, mit Redstone machen, mit Glowstone, meinte ich. Wobei hier herin, glaube ich, würden sich Fackeln gar nicht mal schlecht machen. Ah, ja, da kommt schon Kies durch. Die Frage, ob wir da dem Tageslicht schon nahe sind oder ob das einfach nur... Ne, ist einfach nur ein Schacht. Okay. Einfach mal wegschaufeln. Da kommt noch mehr auf uns zu, beziehungsweise runter. Ja, soll sein. Wenn wir eine neue Schaufel brauchen, das sehe ich schon. Besonders weit soll es ja eigentlich nicht mehr sein. Vielleicht schauen wir mal kurz, wie weit wir hier eigentlich versetzt sind von der Seite. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Felder sind wir von der Kante entfernt. Das heißt, wir müssen hier jetzt zwölf Felder rüberzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Das heißt, wir müssten hier irgendwie rauskommen, was eh ganz gut ist. Und möglicherweise ist das hier eh der Kies, den wir jetzt da schon gesehen haben, der da runterkommt. Graben wir uns einfach mal weiter, das sollte ja soweit passen. Ich habe nur gerade kurz gemeint, ich hätte irgendwas gehört oder gesehen, aber da habe ich mich selbst getäuscht. Oder es waren meine eigenen Fußstapfen, vor denen ich mich erschreckt habe. Achso, da sind wir jetzt, ja, da sind wir ja viel zu, viel zu hoch. Das braucht man natürlich nicht zu hoch schlagen. Drei in der Höhe reichen aus. Das machen wir dann alles wieder mit Pflastersteinen zu. So langsam sollte man da jetzt mal ans Tageslicht kommen. Kann aber noch ein Stück dauern, der Berg ist ja, oder dieser kleine seitliche Hügel ist ja doch breiter, als man das vielleicht annehmen würde. Außen läuft man recht schnell durch. Ah ja, da sind wir auch schon. Naja, hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Ausnahmsweise mal. Ich sehe es schon kommen, gleich geht es. Und ein Creeper sprengt uns in die Luft. Und damit ist unsere Schaufel kaputt. Dann machen wir uns gleich eine neue. Den Durchbruch haben wir ja geschafft. Ein wichtiger Durchbruch auf dem Gebiet des Tunnelbaus. So zu sagen. Haben wir hier irgendwo Eisenbahnen? Na klar. Machen wir uns gleich zwei Schaufeln. Denn zwei Schaufeln sind besser als eine. Und wir haben ja keine Stickies mehr. Um Gottes Willen. Machen wir uns mal Stickies. Da möchte ich ja eigentlich nicht die Fichtenholzbretter verwenden, die ich bei der Gelegenheit gleich mal wieder hier zurücklegen kann. Da würde ich ja lieber die Turpenholzbretter verwenden, solange ich nicht wieder ein bisschen Holzfällern war. Das müssen wir dann eh auch mal machen. Vielleicht in der nächsten Folge. Aber vielleicht habt ihr auch wieder ein paar coole Ideen für mich, die ich nachbauen könnte. Ein paar, ich weiß nicht, irgendeine Redstone-Schaltung, mit der ich den gesamten Mount Bitmore auf einmal verschieben kann. Oder sowas. Ich weiß gar nicht, inwieweit das geht. Ich meine, mit diesen Pistons kann man ja einiges an coolen Dingen machen. Aber ich denke mal, da bräuchte man sehr viele Pistons und sehr viele Redstone, um das einigermaßen hinzubekommen, dass man den ganzen Berg verschiebt. So, okay, machen wir erstmal den Boden hier rein. Müssen wir uns hier wieder durchhacken. Die Musik ist übrigens wieder Outrun. Ah ja. Spitzhacke kaputt. Wäre ja cool, wenn wir hier ein bisschen Kohle gefunden hätten auch. Aber leider haben wir da nichts gefunden. Machen wir das mal hier so weg. Gut, dann können wir hier dann gleich vielleicht einen Weg anschließen oder so. Das können wir dann ja noch sehen, wie wir das genau machen. Jetzt auf jeden Fall mal Pflastersteine hier hin. Na. Ich laufe zu schnell, um die hier gleichzeitig auf beiden Seiten anzubringen. Ah, die Sonne geht ja auch schon wieder unter. Ein wunderschöner Sonnenuntergang hier zum Durchblicken durch den Mount Bitmore. Das heißt, eigentlich müssen wir jetzt ja nur noch dann die Seitenwände machen und die Decke, die wollen wir ja auch schön mit Pflastersteinen machen. Und dann haben wir hier unseren eigenen persönlichen Tunnel. Ich glaube, dann werde ich hier oben noch so Pflastersteinenstufen anbringen, damit das Ganze... Ich frage mich gerade, ob wir da vielleicht nicht noch eine Stufe reingehen bei der Decke um... So, dann müsste man hier noch so und dann hier... Ah ja, hier ist Kohle. Hier wäre sogar noch mehr Kohle. Das sehen wir uns morgen an, also am morgigen Minecraft-Tag. Jetzt lege ich mich erst mal wieder schlafen. Mal sehen, wie viele Creeper jetzt hier oben spawnen. Also wenn hier jetzt wieder Creeper sind, dann... Ne, sind keine. Ich glaube ja echt... Also hier oben haben wir es ja ausgeschlossen mit der Fackel hier. Ich glaube ja echt, dass die hier gespawnt sein müssen und dann hier so rumgelaufen. Ist natürlich auch ein super Ort zum Spawnen, wo man nicht entdeckt wird. Hier oben, nee, ist nix und ganz die obere Fläche sollte man eigentlich schon so weit ausgeleuchtet haben. Ist natürlich nur provisorisch fürs Erste. Ist vielleicht hier irgendwo ein Enderman, der sich zu mir raufbeamen will. Das haben wir übrigens auch schon lange nicht mehr gemacht, dass wir hier mal runtergesprungen wären ins Meer rein. Was ja auch eine coole Sache wäre, wieder mal zu machen. Unsere schöne Insel, wo drunter mutmaßlich eine Höhle liegt. Weil man da immer das Grunzen von Zombies hört. Naja, legen wir uns mal schlafen. Ne, jetzt. Macht ihr das eigentlich auch immer so, wenn ihr jetzt schlafen gehen wollt, dass ihr da mit dem Schwert aufs Bett zuläuft. Und dann so ein bisschen draufhaut in die Richtung und dann reinspringt ins Bett. Ja, also ich mach das so. Braucht man irgendwas? Hier haben wir ein bisschen Kohle. Ja, das war die Kohle, die wir eben noch abgebaut haben. Ich glaub, die holen wir uns hier raus und dann machen wir das auch wieder zu. Haben wir doch noch Kohle entdeckt hier. Kohle, Kohle, Kohle. Naja, ist ja gar nicht mal so wenig eigentlich. Da kommen wir jetzt aber gerade nicht mehr gut dran. Oh doch, Komma. Komma dran. Komma dran. Und schon ist es eine Kommazahl. Ja, ich seh's ein. Ich muss mich hier hochbauen mit Erde. Vorher esse ich noch was. So, na, vielleicht noch ein bisschen höher, dass wir da gleich alles mitnehmen können. Na, ist ja doch recht ergiebig hier. Dieses Kohle flötz. Flötz ist ja auch so ein Wort, das irgendwie... Es gibt ja so Worte, die sind irgendwie eigenartig. Also die... Ja, die... Klingen einfach seltsam oder ungewohnt. Und flötz ist so eines, finde ich. Das ist meine persönliche Meinung. Wer jetzt flötz toll findet als Wort, bitte nicht beleidigt sein. Okay, graben wir uns hier wieder runter. Naja, und der Server, der interne, kommt natürlich wieder mal nicht nach mit unserer Grabungstätigkeit. Dann machen wir das gleich mal hier zu. Und... Ja, machen wir jetzt erstmal die Decke, würde ich fast sagen. Das heißt, dann müssen wir die zwei hier raushauen und hier... Das hinmachen und die vier. Und da eben vier weitere. Das können wir dann auch schön abstufen mit den Pflastersteinstufen, wobei, da möchte ich ja... Da wollte ich ja eigentlich diese Treppchen anbringen. So... Ist ja ein schöner Tunnel. Wir könnten natürlich auch hier oben dann so Tunnelleuchten oder in die Wand Glowstone in Form von Tunnelleuchten einsetzen. Ich glaube, das würde mir fast am besten gefallen. Das machen wir dann. Erst müssen wir mal hier die Wände überhaupt anbringen. Ich hätte hier eine Wand zum Anbringen. Ach, stell sie halt auf Ebay. Da kannst du die Wand anbringen. So, dann schlechte Witze beiseite. Dann hacken wir uns hier durch. Und mal sehen, dass wir da nicht zu viel weghacken. Da müssen wir ja eigentlich jetzt nicht alles... Die Steine, die man nicht sieht, müssen wir ja nicht ersetzen. Das müsste so passen. Dann setzen wir das mal hier rein. Wenn nur echte Tunnels so schnell zu errichten wären, dann wäre einiges einfacher. Dann gäbe es den Semmering-Basistunnel schon lange. So, okay. Die Seite auch noch. Ich mache jetzt aber doch erstmal die Decke hier fertig. So, und ab hier müsste dann wieder Pflasterstein kommen. Okay, das müssen wir also weghacken hier. Und hier auch wieder. Und den Zwischenraum da haben wir... Ui, da kommt ja einiges entgegen. Gut, dass wir jetzt nicht erdrückt worden sind. Ein Flintstone. Ah ja, da wird uns noch einiges entgegenkommen. Okay, da müssen wir also dann... Einige Hohlräume ausfüllen. Ich lasse das jetzt erstmal. Mach hier weiter. Ah ja, da kommt schon wieder was runter. Und hier auch. Okay. Gut, schaffen wir alles weg. Soll sein. Kein Problem. Haben wir wenigstens dann Kies. Den wir gar nicht gebrauchen können. Der sieht ja ein bisschen in dem Textureback ein bisschen komisch aus. Der sieht so aus wie... Ich weiß nicht, mit diesem gelben Steinchen da drin. Das sieht irgendwie... Naja. Seltsam aus. Machen wir das hier jetzt noch zu. Nee, reicht nicht. Okay, müssen wir uns hochbauen. Von mir aus. Da haben wir auch noch was zum... Zum Zumachen. Na, reicht das nicht? Hobby. Nee. Reicht nicht aus. Also eins mehr und dann müsste es eigentlich gehen. Jawohl, jetzt funktioniert es. Könnte es auch leer lassen. Allerdings denke ich, dass da drin dann... Rein von den Platzverhältnissen... Genug Platz wäre, dass irgendein Creeper... Oder ich weiß nicht, wer es baut. Das will ich dann nicht. Also Creeper wäre mir egal. Den hört man wenigstens nicht. Ich möchte aber nicht, dass ich dann hier durchlaufe... Und ständig irgendwie... So Geräusche höre. Gerade diese Zombie-Geräusche können ja doch ziemlich nerven... Wenn man sie lange hören muss. So, dann machen wir mal hier diese Abstützung. Das können wir auch bei der Gelegenheit gleich mal auffüllen. Mal sehen, wie wir das dann am besten hinbekommen. So, okay. Die Seitenwand dann noch. Die Decke ist jetzt mal fertig fürs Erste. Und fürs Zweite auch. Da ist nichts mehr zu tun. Ja, in der nächsten Folge bauen wir den Tunnel fertig. Und dann sehen wir auch mal, dass wir das Ganze ein bisschen verschönern. Die Treppe hier ist auch gut gelungen. Können wir sogar rauflaufen dann. Nachdem es ja Halbstufen sind. Und damit haben wir dann eine Direktverbindung von oben. Direkt zur Party-Lounge. Zum Dancefloor. Den wir jetzt ja wunderschön ausgeleuchtet haben. Mit unseren Redstone-Fackeln. Bin mal gespannt, ob wir da vielleicht mal dann mitmachen dürfen. Bei der Party mit gezücktem Schwert selbstverständlich. Ja, ich verabschiede mich in die nächste Folge. Die kommt dann am Montag. Morgen ist ja wieder Panda-Predigt. Und sag auf Wiedersehen. Servus und Tschüss.